Wo denn? Wieso werden die nicht gequillt, aber ich? Das ist doch schwul! Ey, wie... Alter, das gibt's doch nicht. Das ist doch richtig homo, so diese Kampagne. Alter, was wird's gehen? Lol. Da bleib ich halt ganz hinten. Das ist doch langweilig. Shit, Kontakt! Wer hat einen Augenblick auf? Ich kann's sehen. Das ist ein 50er. Bleib hoch. Bleib hoch. Es ist ein Tau. Es ist ein Tau, glaube ich. Wir gehen. Auf die Tau. Wir werden sie raus. Ready? Wir gehen. Okay, wir gehen. Wir gehen. Okay, wir gehen. Geh'n! Geh'n auf dem Dach! Wir gehen nach dem Grund, wir stecken den Kopf raus, und dann schießen wir ihn! Roger! Hüge die Woll! Black! Warte, um uns in die Position zu kommen! Geh'n! Geh'n! Das war auch noch einer an Schluck drücken. Montes haben wir vor uns. Geh'n! Geh'n! Du hast Augen? Ich hab'n! Black, jetzt! Shit! Ich hab'n! So, jetzt krieg' ich den hinterher hier, das muss ja jetzt wohl richtig sein. Okay, Across the street! 50 meters, midway up! He's dug into a spider! We got 18! Give it to Black! Shit! Cover's getting ropey! Ey, ne! Nein! Leute! Die hocken sich alle hin! Dann will ich mich hinhocken und werde erschossen! Ey, Leute, erklärt mir bitte den Sinn! Das ist... Ich will das jetzt wissen! Warum... Ich will den Sinn jetzt verstehen davon! Ich möchte jetzt wissen, warum ich jetzt einfach da gekillt wurde! Obwohl die anderen auch gehockt haben! Das ist doch Quatsch mit Soße, ey! Das kannst du doch deiner U-Oma erzählen! Ja, wenn das jetzt noch länger dauert, dann spule ich vor! Tu mir echt leid, ne? Aber, Leute, guckt's euch an! Ich versteh's einfach nicht! Ich bin doch nicht so der Kampagnen-Typ, ich spiele Spiele generell einfach! Weiß nicht, ich kaufe mir ein Baller-Spieler und spiele seine Multiplayer! Ich kann ihn nicht sehen! Mann, das ist ein fucking 50! Bleib hoch! Bleib hoch! Bleib hoch! Jetzt reicht's mir, Alter! Let's go! Cover to cover! Wir ziehen ihn raus! Gehen! Okay! Gehen! 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 Okay! Gehen! Ich weiß doch gar nicht, wo genau die sind! Gehen! 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 Wait for us to get in the position! Don't punch up! Keep moving! Ja, ich soll waiten, bis die in position sind! Das ist ja logisch! Ja, f*** an! Talk to me! You got eyes on? I got it! Ah, Leute! Ja, los! Black now! Shit! Just keep moving! I got it! I got it! I got it! There's the sniper! Okay! Across the street! 50 meters! Midway up! He's dug into a spider hole! He's not AD! Give it to black! Shit! Cover's getting ropey! Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht! Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht! Von wo schießt'n der? Ja! Ich seh ihn nicht! Wann er da? Hä? Wo ist er denn? Leute! Ich will jetzt wissen, wo der ist, Alter! Ich stelle mich gerade eigentlich ein bisschen blöd an Aber ich weiß einfach nicht wo der ist Da kann er doch nicht sein Also wo gammelt der rum? Hey wo is'n der? Move, ach da steht move Was denn jetzt? Ach so, oh Leute Ach sooo, ja sorry Leute Haha, scheiße Ich dachte ich soll den wegsnipen, Alter Das ist doch homo ey, ja sorry, ne Aber ihr wisst, ich stelle mir mal eigentlich ein bisschen blöd an Da musst du gerade trinken, dass der gar nicht bewegt Misfit 1 3, in Position Looks pretty clear So, wo sind sie denn jetzt? Product Squad I see enemy movement, street level Sooo Hey ich sehe meine Gegner Ach da war noch welche, oh die hab ich nicht gesehen Jetzt sind sie vermutlich ein Stück weiter hinten Mehr Leute kommen in, check die Street Level und Rooftops Okay, den hab ich auch We got your six, you're clear So, wo sind die nächsten? Oh, you gotta be kidding me Da Nein, geh weg Junge, war das knapp geht auch da weg, Alter Oh Misfit 1 3, das ist Doc Holliday Many thanks We're through We'll take care of your buddy Out We're moving in on this guy We're in the building Can we get the fuck off this rooftop now please? Roger Can't go back down too fast We need to find another way down Oh shit, grenade! We'll never make it over We can use this as a bridge Do it objective we gotta be trying." We are here We're out To it We're in the building To it So, wo müssen wir jetzt hin? Immer noch dem folgen. Okay. Bis jetzt leckst du auch nicht. Das ist schon mal sehr gut. Das gefällt mir. Das mag ich. Das finde ich gut. Das finde ich toll. Das schneiden werde ich wohl auch hinkriegen. Zur Not hier. Eins, zwei, drei. Das war jetzt total unsinnig, dass ich das mit der 1, 2, 3 gemacht habe. Falls ich wieder mal beim Schneiden faile, nicht beim Feilen schneide. Ach so. Hast du dir ein Hakenkreuz auf der Erke? Nee, hat er einige, oder? Ist das der Patron? Es sind zwei von ihnen. Bleib auf dem Weg. So, jetzt sind wir hier unten. Schatz, wir haben Wounded and KIA in hier. Ich habe es. Misfit, actual, das ist 1, 3. Und du hast es zurück, ASAP. Wie ist es? Da war doch nicht so viel. Okay. Toll. Investigate Meat Market, Follow Squad. Ja. Secure each side. Traceward source. Gut. Zuck. Ja, man fand jetzt euch wundern, wieso das bei mir F ist. Ähm, nee, warte mal. Ist F nicht sowieso immer interagieren? Nee, es ist, nee, genau, E ist immer interagieren und mir ist F interagieren, weil ihr keine Ahnung, ich hab das, ich bin da so gewohnt. Fucking Ratte, stirb. So. Hier muss ich anscheinend nicht hin. Hä, wo muss ich denn hin? Hä? Achso, klar. Ich bin auch behindert im Kopf. Oh fuck. Das war knapp. Gerade noch so eh erwischt. Ja, den würde ich sagen, haben wir fertig gemacht, ne? Das war jetzt aber hier lang. So, hier wieder raus, okay. Und jetzt sind wir wo? Hier. Fuck. Er ist doch von uns. Okay, ab ans LMG. Ja, lol. Wie soll ich denn das machen? Äh, geht ab und roll and mann der LMG. Ja, wie denn wenn da 20 Gegners kommen, alter? Ja, Alter. Ja, Alter. Wie oft lädt die jetzt schon Operation Swordbreaker, hm? Gibt's doch gar nicht. Ich hab die Kampagne echt einfacher eingeschätzt. Aber naja. So ist das Leben, würde ich sagen. Ich weiß doch gar nicht, wo ich Deckung suchen soll da oben, Alter. Voll behindert. Ich meine, diese ganzen gelben, äh, weißen Platten, da fetzen sie ja weg. Ist ja logisch. Ja, wo soll ich denn hin damit? Ey, Leute. Bitte sagt mir, wo ich mit dem scheiß LMG hingehen soll. Wieder runter, oder was? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ey, Alter. Ich weiß schon, wieso ich nie Kampagnen spiele, Alter. Die bocken gar nicht, Alter. Multiplayer ist viel geiler. Kann sein, dass ich einfach zu blöd für Kampagnen bin. Aber das ist nur scheißegal, Mann. Ich nimm das jetzt und lauf wieder weg. Ja, lol. Ja, lol. Ja, lol. Oh, ich kann so ein LB-Sachladen müssen. Und der Noobtum ist auch noch, Alter. Nein, wieso lade ich denn nach? Ich bin so behindert. Oh, Intuition, ey. Scheiße, das habe ich den Aufschlag nicht gelesen. Oh nein, wieso? Immer diese Angewohnheiten, ne? Leute, das geht überhaupt nicht klar. Oh, scheiße.